und damit herzlich willkommen zu einem neuen let's play von shakes and widget auf server 50 tag nummer 11 wir haben es montag knapp eine halbe wochen nach server start und ja ich habe es auch mal geschafft ne über stufe 200 sogar weit über 200 mittlerweile 220 in einem stream war noch der ziel 200 und ja noch darüber gegangen bis 211 oder so und gestern habe ich dann noch gesagt ey leute wisst ihr was irgendwie habe ich keine lust unter level 220 aus dem epic gewinnt zu gehen und sagt er da ja eine stunde später im live stream 220 haben es wirklich noch geschafft und ich bin mehr als zufrieden mit dem char mit der leistung von meinem krieger und jetzt stehen wir hier aktuelle fragen 74 mit 220 komplett episch mit sehr saftigen stein mittlerweile auch wirklich fast überall den stein von der mine über 10 wir haben noch 177 er der müsste ausgetauscht werden und auch der 245 er ist mittlerweile sehr schwach aber da heißt es ne warten 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 bis hier wieder steine kommt haben gestern einen richtig richtig krassen stein gefunden 344 er ist einfach so raus aus der mine mit einem live stream als ja die mine nicht mehr geskippt einfach die mir ist durchgelaufen war er da habe ich mich gefreut was genau eine neue waffel geblättert haben dann ja den da reingenommen haben den alten raus genommen den alten haben wir den regen gepackt die 285 hat man vorne waffen heißt allein in der waffe 60 punkte upgrade waffel doppelt also 120 punkte war sehr nice ich habe auch hier wieder zwei neue steine gefunden einmal ein geschick stein für die kunigunde 92 ist es nicht das krasseste aber ey das ist immer noch 291 punkt upgrade da tauen wir mal in die schuhe sieht gut aus hier rein da freut sie sich und jetzt haben wir noch den 350er inst stein ding ist der mark fahrt hat schon überall steine der gönner wie machen wir das am klügsten möchte ungern den verschwenden heißt im bestfall würde ich sogar hier ein ausdauer stein rausholen wollen und dann und den ausdauer stein der kunigunde geben dafür den instein den mark ward bei diesen auch schwach haben ja irgendwann neue irgendwann haben sie alle neue steine einfach die überschreiben hier den 155 jahr wobei junge nevermind ich bin einfach ich bin einfach so ein blind fisch hier unten hat ja noch ein talisman ohne stein zack gg easy ja ich habe auch wieder topgilden für euch leute guck mal da einmal kurz rein da haben wir es wieder leute gerade aktualisiert normal fürs video die topgilden von w50 ganz oben der platz 1 wieder hollywood durchs level 203 haben es geknackt wird habe 288 ist sehr gut am aufholen darf nicht vergessen der hollywood hat viel 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 mehr berserker deswegen ich denke kritippens wird hat wird hollywood auf jeden fall noch überholen dann kommt hier die gute holzfällerhütte und regierende 162 immer noch platz 3 auch wenn sie wieder verdammt knapp ist der spektrum mit 160 im nennen mit 156 155 alle tier sehr eng beieinander dann und olympia rising star dead valley auch fast alle gleich 143 142 der hand das 135 dann neu in der liste nice to say nie 126 an aber land von 124 118 noch 10 117 und die spektron auch neu in der liste mit 109 nice to say nie und spektron haben es ja geschafft sich in die top 15 zuschlagen gerade aber gerade nice to say nie hatte ich gar nicht auf dem schirm und jetzt sogar direkt von gar nicht an liste auf platz 11 stark müssen wir mal ja auf jeden fall alle im auge behalten ritter hallenpunkte auch hier sehr dicht in der hollywood 493 holzflöte 490 spektrum 91 und 58 was auch gut dabei mit 484 und ja so sieht sie aktuell mit den gilden aus die rates habe ich jetzt nicht notiert aber da kommt noch jeder sehr gut mit also ich habe noch nicht erlebt dass eine von den top jedenfalls noch nicht erlebt dass jemanden rate nicht geschafft hat auch wir reden noch weiter fleißig durch wir sind ich zeig's euch mal jetzt bei nummer 19 nummer 19 von 50 gegen extra terra 4 terra gegen terra am aktuelle 136 boni auf xp und gold ja es geht es geht voran aber auch jetzt merkt man gerade elf tage nach server start so ein bisschen der shakes und für das alltag schlägt zu apple wird ist vorbei heute gibt es wieder die ganz stinknormale alu nichts besonderes ja der alltag das heißt wir warten wieder gespannt aufs wochenende und gucken was für ein event kommt und dann geht es ja weiter ab und ich habe sehen hier gab 21 soldaten ready das heißt die schießen wir oder schicken wir mal los die show 186 tausend ressourcen jugend junge wir greifen waren wieder einiges hier an angreifen shit weiter mir wieder alles ab glaube wir wir können uns jetzt die ganzen ressourcen von exo die exo heute schon geschrieben meinte eigens hier fleißig meine ressourcen da sieht es mit deinen eigenen sammlern aus wann gehen die hoch habt wieder geschrieben ja ich bin schon dabei an meinen steinbruch geht auf 10 mein holzfällerhütte wird danach direkt hochgezogen aber ich mag die ungern skippen kosten über 250 pilze eins gibt jetzt 128 war schon die hälfte fertig ist aber ja sammler gehen auf 10 dann gefessung auf 10 aber wieder auf besser auf elf quartier auf elf sammler auf elf und so weiter und so fort bis irgendwann 15 erreicht haben ja mama kämpfe wir gönnen uns die ressourcen von exo und hoffen dass er wieder zurück angreift hier schön neuen kage bis da ich gibt es den ein oder andere der noch ein bisschen ein bisschen mehr rein rein gönnt zombie zum beispiel sollte 16 k oder so geben das absolut zähne haben wir schon gemacht noch mal 9 k war jetzt hier schön weiter schön abarbeiten und noch mal 8 gemacht ja aber ist nicht 6 k für 6 k ressourcen an andere würden davon grad wahrscheinlich träumen von 6 k ressourcen und ich überlege wirklich ob ich dafür einen soldaten raus werfe ich wirklich aktiv dabei ne leute ist es ist es ist so krank ich stelle mir sogar mittlerweile den wecker ich schlafe nur drei wirklich nur dreieinhalb stunden wach wieder auf mache meine angriffe am handy komplett komplett müde ne augen fallen schon fast wieder zu aber ich balle noch meine angriffe durch um ja wirklich fast nichts zu verpassen die hallo gehen 13.000 naja wo ich noch nie im server so aktiv gespielt aber macht auch spaß habe ich auch bock ne habe ich sehr viel sehr viel spaß daran so jetzt können wir noch hier zum begin ja 14.000 auch um der gibt noch viel von wem wissen wir raid boss nuno raid boss nuno gibt richtig viel ja auch jetzt in k a weiß ich kann nehmen wir keks mit für 6 k gönnen wir uns den keks ähm raid boss nuno wen haben wir noch hier mion wir haben gibt auch sehr viel 21 k und 7 k holy fucking shit na nie na nie mion what the fuck du kleider gönneros münneros was ist da los hier halogen 13 k ich habe jetzt schon so viele ressourcen gemacht alleine jetzt hier im video in den paar angriffen das ist schon das ist schon schon frech wie viele ressourcen ich hier mehr rein gönne nochmal raid boss nuno oh jetzt hat er weniger in leer gemacht war ah nee war falsch angezeigt da hier 13 k wurde einfach nur falsch angezeigt war der von exo gute angriff die kann man auch nehmen hier in race war nicht auch 8,6 k die wissen ein bisschen falsche zahlen kann angezeigt da ist nix ratzer können wir können 10 k 1 1 angriff müssen wir noch machen der spock mock ja nochmal 6 k und dann ja fertig 21 soldaten wieder durchgeschickt sehr viele ressourcen mehr aktuell bei 3,5 millionen holz und 1,1 millionen steine ich brauche noch eine riesen menge ich brauche insgesamt bis festung 15 und ritterhalle 15 zusammen addiert über 30 millionen holz ich glaube irgendwie 10 millionen steine das heißt es ist noch ist noch ein langer weg ich habe mal ausgerichtet im aktuellen tempo würde ich um die 30 tage braucht wahrscheinlich weniger wahrscheinlich zwei wochen höchstens zwei wochen wahrscheinlich noch weniger wenn die festung noch höher die sammler höher gehen alle da ist dann nicht das glücksrad vergessen vielleicht auch noch mal ein festungs event dann könnte ich in locker unter zwei wochen genug ressourcen zusammen haben um die festung auf 15 zu bringen das einzige problem an der ganzen sache ist ausbauzeiten wenn ich mit dem arbeiterquartier von zehn jetzigen ressourcen hätte und wollte die festung von 10 auf 15 skippen würde mich das genau 7200 pilze kosten statt hat mein lieben zugast bisschen zu viel heißt ich werde von elf ja elf bauen quartier nachholen zwölf von quartier nachholen weiß auch nicht ob ich irgendeine stufe skippen werde vielleicht irgendwann die letzte stufe als event von 14 auf 15 ich weiß auch nicht ist halt ein sehr teurer spaß müssen wir schauen von 13 auf 15 aber es ist naja ist sehr teuer ok soviel zu meinen ressourcen sind soldaten dungeons 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 ich habe es geschafft im 13 stock die ersten beiden um zu hauen der helge oder höllische und ich glaube bei heinrich die zauberfehler und jetzt sind wir vom düse der pantyvader ich kann euch mal zeigen den guten da haben wir direkt nochmal stärker 14,6 millionen leben 8300 stärker 8.000 ausdauer das ist wirklich nicht einfach und der knallt mir hier wirklich gut schaden rein ich müsste komplett nur kritz machen und blocken um ihn hier down zu bekommen und das ist ja das ist so ein ordentlicher gegner den werden wir so einfach nicht down bekommen aber ihr seht ich kann ich könnte ihn outdamage mit kritz er dürfte halt nicht einmal kritten also wenn er kritten ist komplett vorbei das ist fünf millionen bester versuch jetzt das wird noch eine das wird noch eine weile dauern bis wir den dauernd bekommen märchen tor 37 von 100 anderen kannst du sowieso komplett kommen klicken der dauert noch so lange das hier irgendwie nordische getter zauberstelle oder olymp hat lege osteros 3 von 20 ruinen von knack 8 von 10 und hals abschneider konnte 11 hier könnte man das windelementar down bekommen da können wir mal zusammen probieren vielleicht können wir uns gerade level ups auf ja auf 2 21 2,4 millionen runter ist nicht ganz unmöglich aber 394 k und es ist down und wir haben sogar das level up ja moin zack aufstieg herzlichen glückwunsch du hast level 221 erreicht vielen lieben dank mit dem piraten düsterbart ein noch ein gestieg gegner mit 15 millionen leben aber sah auch gut aus ne 900k aber lassen wir erst mal sagen wir haben das level up bringt uns nichts die jetzt runter zu hauen das ist kein upgrade deswegen haben wir es hier weg ab zerlegen was wir machen können oder was das schöne daran ist dass wir jetzt 221 gemacht haben ich habe noch mein klo für heute das heißt wenn wir jetzt hier spülen ich mal vielleicht sogar falls wir ein epic bekommen ist es ist es noch besser weil wir halt noch ein level ab gemacht haben deswegen heute 3 2 1 und ja moin einfach die epic waffe gezogen aus dem klo no way what the fuck lol die spanne holy shit 647 ok 14 durch den schaden mehr klar alle attribute verlieren 36 mainstead aber ich glaube das ist in ordnung ne ja für die spanne oh mein gott die spanne das ist ein zähl warte mal 4 458 die maxspanne wäre 687 und wir sind auf 647 und er wissen eui 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 das machen wir oh mein gott toilette hat einfach gegönnt die toilette hat einfach so hart gegönnt einmal wir gucken wir hier max schaden band technisch und 256.000 ist 444.000 also 444.000 ist der max schaden so mit der neuen waffe und stein warm ich damit stein rein direkt einmal verbessern max schaden 210.000 bis 507 k heißt effektiv können wir 60.000 mehr der mit machen und mehr von 440 auf 500 ist schon ordentlich ordentlich schön der leute also wäre noch nicht das universalwerkzeug das hausmanns hat ihr könnt mich angreifen dafür aber diese geht deswegen immer noch nicht dauernd ist ja der wird noch nix wirbelwind storm könnten wir noch mal was legen mit ein bisschen glück aber ich weiß nicht ob sich das hier lohnt noch mal durch durch zu pilzen das hat geklappt ich mache auch wunderbare geräusche und zürcher heute wird ein boost panzer gefragt schade tesla geschickt eine arbeit der wirbel wird schon gibt doch so gut erfahrungen ich mache hier gerade vier etagen und fast eine halbe level ab 555 etagen fünf etagen ein halbe level ab das ist absolut insane aber so viele werde ich hier am stück nicht mehr legen können oder oder klappte doch na na der osterhase wir könnten mal die gold verskillen aber ich muss mal wieder ordentlich auf ausdauer gehen der stärkekosten sind hoch und ich bin ja ein wasch echter krieger heißt brauchen gut ausdauer als wasch echter kriege so sagt weiter geht es 18 millionen 18 millionen 9300 stärke ich glaube die kriege man nicht mehr da und den kann man vergessen 2,3 millionen 3,2 2,3 schon wieder ich glaube dass 1,3 millionen sehr knapp und geheuer hat 60 millionen müssen die piratis abrad mitlegen 700 und er ist da und er ist da und wir müssen noch eine eine etage leute jetzt haben wir direkt neuen talisman oh ja guck mal hier für ein bertram 130 punkte das das nimmt da so stein raus stein rein müsste noch einlegen ja die rabiaten räuber und dann werden wir direkt 222 komm schon den mach mal oder stärke gegner jawohl da haben wir einen down zack und aufstieg herzlichen glück und wunsch los level 222 erreicht sehr schön gibt es neun aber sehr wenig rüstung ist mir sogar fast egal den müssten auch fast mitnehmen ich weiß ob ich den zocken will i don't know 222 das reicht erst mal ich habe viel mehr level gemacht als ich eigentlich wollte zwei stück das passt das schmeckt und ist super 222 riechern leute und mann arena kampf helfen wir gegen hier will katka hat kann greifen oder man bär sie leute 233 über mir bei hollywooden bär sie ob der krieger sich beweisen kann gegen so einen bärsecker der fast 10 k stärke hat let's go schauen was bei den kampf an 1,2 k stärke mehr ich habe fast 1000 ausdauer mehr und er kommt hier gut rein ne und ich blog aber auch es sieht nicht so gut aus wir müssten endlich mal ein krit raushauen da war ein krit aber nicht mit einer schönen spannen der man mit einer viel besseren spannen und er haut uns noch weg schade schade aber so knapp ne leute elf level höher und trotzdem fast glatt gemacht aber verloren verloren hat bei krieger dann da hat er gebracht die bei uns ich bin auch stolz ne hier gerade rudy rudy master g unsere dolly der stonie und arvox und karo hier oben mace und unsere let's do uns als bester battle mage vertreten hier die holzerleute in der ehrenhall hier unten der baul von jahren die geriet und price und bain der twalin der gute neo auch charlie am start mit über seiner schon kira einfach auch die sogar dort sie hier und der julian und kai müssen alle einfach mal riesen lob an die ganze gilde dass sie so heftig mit sieht mehr wir haben ja wirklich nicht verlangt dass man hier irgendwie hat rein pilzt und trotzdem rasten die leute teilweise so gut mit aus ich bin einfach stolz ne und ich muss mich mal überlegen dass wir trotzdem noch an tag es ist ja sagt trotzdem noch an tag 11 sind wir haben noch fast komplett vollzählig mit allen leuten wir gestartet sind bis auf halt eine person muss leider privat ein problem gehabt das war sehr schade er hatte sehr gerne mitgemacht aber hat nicht geklappt deswegen ja mussten wir nur eine person befinden bis jetzt und trotz sonst sonst sind wir halt komplett vollzählig wir haben auch so viele bewerber und leider muss ich absagen weil es sieht halt so aus oder es ist schön dass es aussieht dass wirklich jeder mitzieht dass keine probleme gibt die er macht seine alu jeder kann man sich seine festung jeder beteiligt sich am gilden chat und im discord es ist einfach einfach wunderbar es ist einfach eine wunder wunder tolle gilde die holzerle hütte und es es bockt einfach okay leute das soll es für heute gewesen sein welches video gefallen hat leute ne ein däumchen wer ein träumchen ich bin wie immer gespannt auf eure kommentare macht's gut bis zum nächsten mal und tschüss